Und wieder mal zeigt sich, welche negativen Konsequenzen Ausspähsoftware für die Menschenrechte hat. Diesmal am Fall Pegasus. Ein Recherche-Kollektiv hat die Liste der Ausspähziele der NSO-Group bzw. der Kunden der NSO-Group an die Hand bekommen und findet darunter Menschenrechtsaktivisten und Journalisten. Die NSO-Group-Hersteller der Spähsoftware Pegasus hat Kunden in vielen Staaten, Regierungen in vielen Staaten, vor allen Dingen natürlich eher solche Regimes, die es mit den Menschenrechten nicht ganz so ernst nehmen. Der Fall Pegasus zeigt, wie sehr wir gegen Überwachungssoftware kämpfen müssen, wie beispielsweise auch den Staatstrojaner. Solche Software wird angeschafft, beispielsweise von der NSO-Group eingekauft, immer mit dem Ziel, gegen Schwerstkriminalität vorzugehen. Kinderpornografie, Drogenhandel, Terrorismus, das übliche Programm. Es zeigt sich aber nachher, dass der Einsatz deutlich ausgeweitet wird und eigentlich sich nur noch in kleinen Teilen auf diese Projekte zu beschränken scheint. Es ist eine Liste von 100.000 Telefonnummern bekannt geworden, von Zielen, die mit der Pegasus-Software von der NSO-Group ausspioniert wurden. Diese Telefonnummern wurden zugeordnet und es zeigt sich, dass da sehr viele Menschenrechtsaktivisten und Journalisten beispielsweise dabei waren. Hier kann man nun nicht unbedingt davon ausgehen, dass diese Software dafür eingesetzt wird, um schwere Gewalt abzuhalten. Das macht natürlich deutlich, warum diese Software grundsätzlich sehr schädlich ist, weil sie nämlich immer für Gutes wie auch Schlechtes eingesetzt werden kann. Hier in Deutschland wollen wir ja auch den Staatstrojaner haben, also mit wir meine ich garantiert nicht mich, sondern eben die Bundesregierung aus CDU und SPD hat jetzt jüngst auch wieder dafür gestimmt, dass eben diese Software eingesetzt wird, natürlich in der Abwehr der Schwerstkriminalität. Das zeigt sich, dass mit dem gleichen Argument natürlich die NSO-Group das auch vertrieben hat, natürlich nur zum Abwehr von Schaden und Gewalt und sonstigen schweren Rechtsverletzungen. Tja, aber ich glaube, in den Ländern der Kunden war das eher nicht so der Fall, dass das nur dafür eingesetzt wurde. Zum Beispiel wurde auch Präsident Macron ausspioniert. Oder ein anderer besonders krasser Fall, finde ich, in Mexiko, wo Pegasus exzessiv zum Einsatz kam, wo plötzlich ein Journalist verschwand, den man in einer Autowaschanlage aufgelauert hat. Man hat dann halt über dieses Handy, über die Pegasus-Software ermitteln können, wo die Person gerade ist, weil die Software nämlich zunächst einmal herausfindet, wo das Handy ist und welche Software drauf ist, bevor dann nachher die Space-Software aufgespielt wird. Ja, und so wussten dann also die Personen, wo dieser Journalist auffindbar ist, lauerten ihm auf und er verschwand einfach. Und das Handy ist bis heute nicht gefunden. Das heißt, es ist natürlich Spekulation, ob das mit dieser Software zusammenhängt. Das ist aber sehr wahrscheinlich, weil er eigentlich nur darüber ausfindig gemacht werden konnte. Ich finde, dass man hier immer im Kopf haben muss, welche Industrie man damit unterstützt und welchen Unternehmen man Geld gibt, wenn man solche Spionage-Software selber einkauft. In den seltensten Fällen wird das selber entwickelt. Und diese Software ist sehr wertvoll. Vor allen Dingen, weil es Menschen gibt, die bereit sind, sehr viel Geld dafür zu bezahlen. Und ich würde sagen, zumindest ich kenne bisher keinen Fall, wo solche Software nicht auch in den falschen Händen war. Sei es jetzt Pegasus wie hier oder eben auch Finnfischer in der Vergangenheit, was ja auch die Bundesrepublik gekauft hat. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr unterstützen könnt, wir selber klagen beispielsweise vom Verfassungsgericht gegen den Staatstrojaner oder den Hessen-Trojaner in Hessen. Immer wieder klagen wir und dafür brauchen wir natürlich Geld. Wenn ihr gerne spenden möchtet, freuen wir uns. Wenn ihr Mitglied sein werden möchtet, um uns hierin zu unterstützen, freuen wir uns auch. Sagt gerne Bescheid. Meine DMs sind offen. Ihr könnt mir immer schreiben, wenn ihr Fragen habt. Macht davon gerne Gebrauch. Euer Sebastian.